Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und heute Leute sind wir zurück in der Welt von Minecraft Aeroboss beziehungsweise wir sind im Projekt Aeroboss in der Welt von Revival Leute, aber das mache ich jetzt schon seit der letzten Folge, sage ich diesen komischen Anfang und nein Aber Leute, heute ist es soweit Erstens werde ich euch gleich über etwas berichten, über den Man in Black Film, den neuen Den hatte ich jetzt schon gesehen, Leute, der ist wirklich ultra gut geworden Und wir werden die Steine holen, damit wir das Segment erschaffen können Ich bin gespannt, wo das enden wird Also wirklich, ob wir das wirklich bändigen können, Leute Ist jetzt mal da so hingestellt Aber Leute, zum Man in Black Film, der war wirklich ultra gut gemacht, Leute Die Effekte waren gut Und was ich am allerbesten fand, was mich am allermeisten faszinierte, war nicht die Story oder so Sondern es gab so Kampfszenen, da war, das war so genial geschnitten, Leute Es war einfach ein Augenschmaus zuzugucken, wie diese Cuts und so reingesetzt wurden Es war herrlich, es war wundervoll, Leute Davon kann ich schwärmen, das war, also Leute, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt Guckt ihn euch an, er lohnt sich wirklich So, und heute sollten wir uns ja mit Dana hier treffen Ja, da stehen sie auch schon Und uns Und sie teleportiert uns dann dorthin Wo Wir die Steine finden werden, Leute Ich hab ja irgendwie Angst, dass das ziemlich schief laufen wird, Leute Außerdem, Leute, was ich euch grad sagen wollte Hab ich im Livestream Am gestrigen Livestream Den Namen des Nachfolgers von Erebros preisgegeben, Leute Minecraft Omen Ähm Wenn ihr kranke Theorien sowieso was habt Und diesen Namen richtig, richtig, richtig deuten könnt Und richtig kranke Theorien machen könnt Dann könnt ihr vielleicht erraten, wie Erebros ausgeht Aber Leute, dafür müsst ihr so krank sein Und ich glaube nie, dass ihr so kranke Theorien aufstellen könnt Wie Die Story hier noch überhaupt geplant ist Ähm Aber Leute, jetzt Müssen wir Erstmal kurz mit Dana sprechen Dana? Es kann losgehen Ich bin bereit Okay, ich stell mich mal auch hier so in die Reihe Die stehen ja alle hier in der Reihe, Leute Und dann kann es losgehen, Dana Drück auf die Tube Wir sind bereit zum Teleportieren Und es beginnt, Leute Leute? Wartet Wir sind doch Dana, wir sind in der ganz normalen Welt Ich dachte, es wäre irgendein besonderes Versteck oder sowas Alle Steine sind noch in deiner Kiste oben im Turm Du musst sie holen Ja, genau Ich gehe da einfach hin und hole Wobei, stimmt Leute, das letzte Mal, als wir da waren Vor einer Woche oder so War das Ist das schon eine Woche her? War sowieso da niemand Der sie beschützt hat Oder so Wir hätten es einfach rausnehmen können Warum hast du uns das nicht früher gesagt, Dana? Das könnte knifflig werden Ich gebe schon einmal Einstein Bescheid Dass wir bald weiterreisen können Ja, können wir auf jeden Fall Weil es nicht knifflig wird Dort ist niemand Nobody is Das da war aber noch nicht da Wartet Wir müssen da gleich mal gucken Die Steine sind also da drin Mist Wartet Leute, was ist da gerade los? Was ist das? Ja, genau Da sind Tortodaren, Leute Ich gehe da ein Stück drauf zu Und schon sehe ich diese hässlichen Skins Ne, da sind Tortodaren Leute, vor der Woche war da niemand Ey, das ist nicht deren Ernst Achso, hier liegt ein Pferdgeist Lol Okay, Leute Wir brauchen Ausrüstung Ich kenne nur einen Ort Wo wir Ausrüstung holen können Und das ist mein Zuhause Ich hoffe jetzt Wirklich Dass wir nicht mehr begegnen Aber nach dem Finale In welcher Folge Könnten wir uns gerade bewegen? Wir sind einer Also auf jeden Fall Ein paar Wochen Nach dem ersten Finale Jetzt hier Das heißt Da war ich Das könnte Leute, ich muss gerade überlegen Das könnte zu der Zeit sein Wo wir Schuhschrank Kennengelernt haben Vielleicht sind wir gerade auf dem Weg Zu Schuhschrank Oder so Das wäre natürlich Unser Glück Dann können Also ich hoffe es gerade Zu welcher Zeit war das genau? Also es könnte Zum Beispiel Zur Zeit sein Als wir bei Schuhschrank Schuhschrank entdeckt haben Auf jeden Fall Es ist Abend Und es regnet Leute Ich hoffe Das ist gerade In einer Folge Wo ich aufnehme Und irgendwie Bei Schuhschrank Oder so bin Wenn ich komme Weil dieses Gebaut und so Da kenne ich nicht Da habe ich auch nie Darauf geachtet Weil ich da nicht Zurückgekehrt bin Eigentlich In welchem Zeitraum Bewegen wir uns jetzt Leute Ich glaube die Zeit Vergeht ja nämlich Genauso wie Normal bei den Aufnahmen Boah Also ich hoffe auf jeden Fall Dass ich gerade nicht da bin Weil wenn ich nicht weiß In welcher Zeit ich bin Kann ich euch auch nicht sagen Ob wir gerade da sind Oder nicht Also ich gehe mal davon aus Dass wir wieder unterwegs sind Weil wir ständig Unterwegs waren Hier in diesem Projekt Ähm Bei Kekskotterat waren wir Aber das ist Danach Davor gewesen Auf jeden Fall Waren wir ständig Unterwegs Ich scheine Gerade nicht Da zu sein Mein Haus ist ja auch Noch nicht fertig Das heißt ich könnte auch Gerade Farm sein Leute Die Ultimate Die Ultimate Rüstung Die bringen wir Natürlich sofort Wieder weg Oh Habe ich die Vermisst Leute Ha Die sieht so Geil aus Leute Ich habe sie echt Vermisst 6 Das Lucky Sword können wir nehmen Hiermit kann man nämlich auch fliegen Leute Ultra cool Hi Plenty So Hi Dana Äh Ist es da Meine ich Ich verwechsel Vermisst Negativ Zeug Ähm Die nehmen wir später Die dürfen wir nicht nehmen Wodka Ne Ich glaube Okay Leute Wir sollten das lassen Wir können glaube ich nur Das Lucky Sword nehmen Aber wir können fliegen Leute Endlich können wir wieder fliegen So Oh wir hätten Quarzi mitnehmen können Aber nachher stirbt er noch Aber wir hätten Quarzi mitnehmen können So wir sind da Ach ich weiß was das ist Leute das ist dieses Oberteil von dem von Finale 2 Das war auch Ultra cool Leute Das ist von Finale 2 Das Teil Das weiß ich noch Da kommen nämlich Die Planetsteine dran Die müssen wir auch Wieder zurückbringen Oh nein Ich hasse diese Lecks aber In diesem Modpack Aber die können uns kaum Was machen Jetzt sind sie sowieso Da drin Ich hoffe nur noch nicht Dass das die sind Die sich regenerieren können Aber ich glaube das waren Die Totodoren Die das konnten Okay einer tot Zwei tot Wir haben's oder Oh mein Gott Sind das die Die respawnen Oder ist es nur ein Teil Von denen gewesen Die wir gerade besiegt haben Das sind die die respawnen Ja genau Okay Die kommen hier gar nicht rein Oder Oh Geh mal weg da Ja Leute Wir müssen die Planetsteine Holen Und Ja Das sind Alle sechs Stück Der Kraftstein Der Schöpferstein Der Machtstein Der Lichtstein Der Gezeitenstein Und der Weltenstein Leute Wir haben sie Die müssen wir auch Wieder zurückbringen So wie die Rüstung Und sowas hier Denn Wir benutzen sie Einmal Und danach Ist Schluss Mit lustig Wir brauchen sie nur Um das Segment Zu holen Warum müsst ihr denn Respawnen Mann Und wir sollten Vielleicht Dieses Zeug Hier wegmachen Ich habe Angst Dass Dana Da vielleicht Irgendwas Von einem Kampf Mitbekommt Also die damalige Dana Weil die ist ja noch böse Oh nein Wir haben hier ein Gitter ersetzt Äh Leute ich will nicht wissen Was Deshalb alles Irgendwie anders sein könnte Auf jeden Fall Leute Leute Hat das alles geändert Und Dana Ist gar nicht mehr hier Okay Dana ist hier Es hat nichts geändert Okay Leute Weil es damals Auch passiert ist Wir müssen die Arbeit Von ihr manipulieren Leute Wenigstens ein bisschen Arbeit manipulieren Weil das sieht schon Recht weit aus Dafür dass wir Direkt nach dem Ersten Finale Da sind Und ich glaube Wir sollten Dana So ein bisschen Aufhalten Vielleicht soll die Zeit ja auch so sein Dass wir hier So ein bisschen Zeug machen Komm schon So das noch Nein du Blödmann Lass das Ich will nur das Gerade kaputt machen Perfekt Und jetzt Können wir die Rüstung Dann zurück bringen Oh nein Oh nein Ähm Leute Rüstung zurück bringen Wir haben Ähm Ich 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 mach die Sachen Neue nochmal weg Hier deren Seelen Oder was Es auch immer Sind Einsammeln Deswegen fällt es auch Nicht auf Dass wir gegen die Gekämpft haben Jetzt Leute Schnell zurück Die Sachen Wegbringen Und dann Können wir uns Um die Steine Kümmern In der nächsten Folge Warte Ich sag denen Dass sie sich Dass wir uns Hier auf dieser Kleinen Insel Treffen Falls irgendwas Schief läuft Okay Leute Passt auf Wir treffen uns Auf dieser Insel Dort vorne Sobald ich die Sachen weggebracht Habe Mit den Steinen Ich hab hier Wirklich alle Steine Oh man Leute Damit hab ich Nicht so gute Erfahrungen Gemacht Mit denen Leider Deswegen Wir treffen uns Auf der Insel Bis später Oh man Leute Morgen werden Wir die Steine Wieder nutzen Also wir haben Sie selber Noch nie Genutzt Aber Ihr wisst Was ich Meine Okay Jetzt können Wir Die Sachen Schnell Wegbringen So Leute ich hoffe Die Sachen Sind nicht viel Mehr kaputt Als vorher Gegangen Okay und Jetzt wieder Schnell hier Weg Leute Wir müssen Jetzt in der Nächsten Folge die Steine Einsetzen Und es Regnet Schon Wieder Danke Einstein Für alles Wir werden Uns Zum nächsten Jahr Eh Wieder Sehen Deswegen Leute wo geht's Stimmt Danach Wollen wir Nach Timestorm Wieder Reisen Da bin ich Auch Gespannt Wo die Steine Sind Und es Kommen Noch Skylands Und Origin Leute Ich bin Ja So Gespannt Ne Okay Leute An Dieser Landspitze Mach Ich Dann Jetzt Erstmal Schluss Schluss Heute Leute Ich Hoffe Das Video Hat Euch Gefallen Wenn Es Euch Gefallen Hat Lasst Auf Jedenfall Daumen Sein In In der Nächsten Folge Werden Wir Hier Diese Blöden Steine Wieder Nutzen Und Gucken Wie es Endet Hier Diese Bunte Farbwischung Yeah Leute Das war's Mit diesem Video Ich wünsche euch Jetzt noch Jetzt noch Einen Planetarischen Tag Haut rein Und wir Sehen uns Im Nächsten Video Hier Auf Diesem Kanal Bis Dann